Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic 7 FOR BLOOD AND HONOR! Ich sollte immer da aufhören. Ähm, ja. Oh, ich hab gar keine... Äh, ich hab vergessen, mir was zum Essen zu kaufen. Das ist nicht gut. Denn ich hab meinen Inventar abgeräumt. Bis auf ein paar Flaschen. Ja, meine vier Flaschen, die ich da unten hab. Ähm, und noch zwei Flaschen! Yay, äh, den kennen wir schon. Das ist der Crusader Hoverer, der... Ähm, an meiner Seite bleibt bis ich das Monster erschlagen habe, also den Drachen. Wie? Wirst du bezahlt eigentlich? Äh, egal. Ähm, aber ich hab mir eine, äh, Dieben geholt. Die, ähm, Fallen entschärfen kann. Oder die zumindest, äh, meinen Fallen entschärfen Skill ein bisschen erhöht. Um 8 Punkte. Ähm, ja, und jetzt will ich mal fragen, ähm, Silver Tier 50, hörst du mich? Ähm, bringt mir mein Ruf hier irgendwas? Weil wenn ich die mithabe, dann sinkt mein Ruf um eine Stufe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Ruf hier, äh, irgendwas ausmacht. Außer, dass mich, dass mich manche Leute nicht mehr mögen. Ähm, ja, falls du das hörst, ähm, sag mal was. Ich könnte auch selber nachschauen, aber... Naja, da musste ich wieder von der Seite gehen, und... Naja, äh, es ist nicht so... Ach so, wo ist ich? Ah ja, richtig. Hm. Ah ja. Und die zwei Zwerge da, die mich angegriffen haben, sind immer noch da. Yay! Aber es ist jetzt egal. Äh, egal. Ich schau hier sowieso nicht so oft vorbei. Jetzt... ganz sicher nicht. Ähm, wo ist denn jetzt eigentlich das Geisterhaus? Ich schätze da drüben irgendwo. Wahnsinn! Huiiii! Huiiii! Ja, heute bin ich ein bisschen besser drauf. War das letzte Set ja so voll, äh, Wut und, äh, und, äh, und, äh! Oh ja, alles ist gegangen, oder? 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 Nein. War hoffentlich nicht ganz so schlimm. Aber Gott sei Dank haben wir diese dämliche Quest jetzt endlich hinter uns... Ach. Ich hasse diese Grabhügel wirklich. Das ist eine Quest, die ich wirklich ungern, ungern mache. Oh, Geister! Geister! Kommt hier, Geister! Kommt hier, ja, kommt hier! Und weg! Und weg! Danke! Nalikos, ein Zauberstand meiner. Ja, ja, komm hier! Du hast noch einer! Da! Oh, komm hier, du Geist! Komm hier! Ja, komm hier! Und tschüss! Und nochmal, ich saue schon wieder aus... Was haben wir hier? Äh, Häuser! Warte mal! Karte! Häuser! Geh weg! Häuser! Was sind das für Häuser? Wer stellt Häuser hier mitten in die Pampa? Oh, ein Gastos! Oh! Kann ich Hako mitspielen? Oh, ich kann Hako mitspielen! Hallo! Ich habe mir die Victory-Bedingungen nicht angeguckt... Ach, Schande! Na egal! Ähm, ich werde den Kern niedermachen, glaube ich! Ja, ich werde den Kern niedermachen! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Ähm, dudum dudum! Äh, ja! Mann, was ist denn das für eine Mauer? Du hast DIE diskadet? Das war ziemlich... dämlich? Nimm das! Oh, Schande! Ich habe die Wand wieder verpackt! Da spiele ich sie jetzt! Ähm, das... Ich will dich niedermachen! Hör auf ne Wand zu bauen! Das! Ähm, ja! Ähm, die weg! Oh! Sie bist gut! Was ist denn das für ein Koffer? Der diskadet 20 Tower! Wow, wow, wow! Was ist mit dir los? Nimm das! Hm... Nimm das! Äh, nimm das! Ich mach dich nieder, weil ich essen kann! Ach, kommt schon! Gib mir, gib mir Angriff! Gib mir fünfmal! Ich will Angriff! Nein, nicht das! Gib mir Angriff! Die will ich nicht einsetzen! Die will ich später einsetzen! Dann nimm das! Ich hoffe, einen Buchturm zu bauen! Und ich hoffe, eine Wand zu bauen! Ich will dich töten! Nein! Äh, äh, Entscheidung! Gib mir! Gib mir! Gib mir! Gib mir! Verdammt! Ich brauch einen Angriff! Danke! Ich brauch noch einen Angriff! Gib mir Angriff! Ach ja! Äh, was ich noch sagen wollte! Äh, ja! Ganz vergessen! Ähm, falls ihr euch fragt, was eigentlich mit Fallout ist! Ja! Ich spiele nur Fallout 3! Aber, da mir das Spiel letztens wieder abgekackt ist, habe ich beschlossen, dass ich jetzt auf Playstation 3 weiterspielen werde! Das heißt aber, dass ich erstmal zu dem Punkt spielen muss! Ähm, wo ich war! Weiß erst mal später, was ich meine! Ähm, ich werde es ziemlich genau gleich halten, wie ich es, äh, auf dem Computer gemacht habe! Und, ja! Aber es wird ein bisschen dauern, weil ich nicht immer Zeit habe, dann zu spielen und jetzt... Ich werde mal da hinkommen und dann... Ich sag mich nur Scheiße! Weißt du was? Fick dich! Ich mach dich jetzt... Äh! Gott! Was ist das? Das sieht aber genau aus, klar! Das könnte Scheiße werden! Ach, ich wurde abgelenkt von meiner Erklärung und jetzt verliere ich hier vielleicht und das ist... Äh! Ähm, das... Mann, jetzt hatte ich endlich deine Wand weg, Alter! Ähm, das... Ähm, das... Ähm, das... Ähm... Gott, jetzt muss ich hier noch... Äh, wirklich nachdenken! Äh, wirklich nachdenken! Das... Ah, weißt du was? Leck mich! Ich mach jetzt meinen Turm fertig! Ich wollte dich fertig machen, aber da du ein Arschloch bist... Ich hab zu wenig, äh, magische Zähne! Ich hab zu wenig, äh, magische Zähne! Was? Arschloch! Kann schon! Danke! Geschafft! Gut! Das war ja überhaupt nicht ablenkend, oder? Ja! Aber wenigstens hab ich, äh, wegen Fallout noch was sagen können! Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Oh! Gold! Nein, Gold! Oh! Okay! Und du? Oh! Wie! Unnötig! Yay! Ein Hurra für die Unnötigkeit! Wo ist jetzt eigentlich mein Gast aus? Da unten? Ah! Nein! Nein! Falscher Knopf! Äh! Ich hasse es, dass ich das Teil im Window-Modus spielen muss! Ich drücke mal raus! Ähm, da sind Gäste! Da ist der Gäste! Ah! 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 Äh! 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 Hast du da wie geschossen? Auch! Au! Nein! Nein! Nicht weg gehen! Oh, zur Hölle ist das Geister aus! Sag mal, spinnig? Ist das Geld? Hab jetzt was. Hm. Hm. Hm hm hm. Geist. Ist ein bisschen schwerer. Ach nicht. Gold. Okay, hier ist das Geister aus, nicht. Muss Wut unterdrücken! Nein. Ah, das ist wirklich nicht so schlimm heute. Ja. Aber ich würde dieses Teil jetzt wirklich gerne dann bald irgendwann mal finden. Das wäre nett. Und wie ihr sehen könnt, ist der Elemental Force wieder mal klasse vorbereitet! Äh, nein, Putscherknapp, Karte. Okay, also, ähm, da vielleicht? Möglicherweise? Mal sehen. Das heißt, wir gehen hier runter. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Da liegen noch Leichen. Soll ich die ganze Zeit meine Scheiß drauf. Oh, danke! Gaste aus! Oh. Eine Kiste. Kann ich eigentlich gleich mal testen. Hey, es kommt! Aber da war keine Pfanne in der Küste, oder? Was ist das? Äh, meine Son, äh, möge die Sonne und das Dunkel zerschlagen und die Wahrheit, äh, Ding. Äh, enthüllen. Äh, 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 äh. Oh, mein Gott! Bruder Peter wurde entführt vom Etwas in der Nacht. Uninteressant. I wish I could help. Du kannst. Hm. Ja, nimm mit. So, Geister! Geister, Geister, Geister! Geister! Oh! Ah, hier! Nein, nein, nein! Du bleibst hier! Du bleibst hier! Hey, hey, oh! Ganz ruhig, Kollege! Geh! Weg! Geh! Geh! Wo willst du hin? Komm hierher! Das Geisterhaus! Habe ich das schon aus der Karte offen gehabt? Nein, Gott sei Dank. Das wäre jetzt wirklich dämlich gewesen. Wow, wenn ich das wirklich schon... Naja. Einst eine stattliche, äh, ähm, Behausung ist dieses alte Haus lange verlassen. Die derzeitigen Bewohner scheinen diesen Ort nicht sehr in Stand zu halten. Wow! Das habt ihr euch gedacht? Wirklich? Egal! Hallo! Es ist dunkel! Hört euch das Licht an. Abgelockt und gelassen. Tötet! 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 Tötet die Sachen, die schon tot sind! Was ist mit dir? Fuck! Wieso bist du... Ich hab nichts gegen Paralyse, oder? Fuck! Arsch! Also... Was machen wir? Hm... Gib... Äh... Warte mal. Gib mir einen Moment, okay? Oh gut! Wirklich! Ich weiß nicht!